Überschreite mit dem Vasi 2090 von New Balance deine Grenzen von Geschwindigkeit und Leistung. Starten wir einmal mit seinem atmungsaktiven Upper. Das neue dynamische Obermaterial mit seinen stützenden Elementen im Mittelfußbereich kommen genau deiner Fußbewegung entgegen. Neu ist auch das Ärmischmaterial im Vorfußbereich, was für eine flexiblere Passform sorgt. Für mehr Komfort wurde nicht nur die Reflite Dämpfung verwendet, sondern auch ein mit Stickstoff angereicherter Entzweischarm. Abgerundet wird die Ausstattung durch die abbriebfeste Außensohle aus geschäumtem Gummi. Sie überzeugt durch gute Rutschfestigkeit auf den verschiedensten Laufuntergründen. Durch seine guten Dämpfungseigenschaften verhindert der New Balance Fasi 2090, dass deine Muskulatur, das gilt auch für Langdistanzen, nicht zu schnell ermüdet. Probiere ihn in deiner Runnerspoint Filiale an oder bestelle ihn hier ganz einfach unter runnerspoint.com.